Hat man denn irgendwo mal Ruhe? Scheiße, ich bin eingesperrt. Bin ich wirklich eingesperrt oder tut das Spiel nur so? Bin wirklich eingesperrt. Nein, oder? Moment, kann ich unter der Werkbank her? Nein. Ähm. Ähm. Wo soll ich hin? Aber manchmal ist das Spiel so ein Arschloch. Da weiß man einfach nicht, wo man hin soll. Gut, dann müssen wir raus hier. In der Hoffnung, es kommt uns keiner entgegen. Was ist das? Wo kommen wir nicht her? Oh, nett. Zum Interagieren. Ah. Äh, Blake, lässt du das? Danke. Ich muss da wahrscheinlich her. Lass ich nur... Scheiße. Genau das dachte ich mir. Wie verstelle ich die Weichen? Blake. Ah. 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 Ich will nicht zurückgehen. Dann will ich lieber über das Kind klettern. Ich fahre gerade mit. Oh, scheiße. Da ist zu. Willst du mich verarschen? Es muss doch irgendwo eine Nische geben, wo ich an dem... Ah. Ja. Auch die Blöden haben es mal irgendwann verstanden. Hä? Hä? Aber ich komme da nicht her. Ah. Ja, jetzt hat es Klack gemacht. Sowohl in meinem Hirn als auch hier. Ja, ich habe gesagt, dass ich auch über das Kind klettern würde. Ich lag schon in einem Haufen voller Tote. Deswegen, das ist dann, äh, halb so schlimm nur. Oh, bitte. Niemand mehr. Bitte nicht das Evangelium schon wieder. Kapitel 14 Und in dem Moment vor der Geburt wird der Antichrist im Leib erwachen und die Qualen und das Elend werden die Erde bluten und verderben. Ja, ja, über das Kind klettern. Richtig. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen. Außer er wird in seiner blutigen Wiege erschlagen, nicht geschlagen. Doch Ezekiel wird das ungeborene spinneuge Glamm mit Klinge und Feuer richten und die Frommen werden rufen, Halleluja. Und ihr werdet den Himmel sich öffnen sehen und er kommt zu Ende und Ezekiel wird auf einem weißen Pferd sitzen. Seine Augen werden Feuer sein und auf seinem Namen haut alle Kronen dieser Erde. Und er wird einen neuen Namen tragen, wie Gottes will, und seine Kleider sollen gedrängt sein im Blut und seine neuen Namen sollen nur erkennen. Und die Engel sollen Aasfresser sein, dass sie essen das Fleisch der Könige, der Starken und der Pferde und jener, die auf ihnen sitzen und das Fleisch der Freien und der Sklaven. Und wenn sie euch geben vom Fleisch des verdammten Kindes, dann sei der Himmel euer. Doch schöpft das Kind Atem, erblicken die Augen des Antichristen das Licht der Welt, so werden sie das Licht der Welt verschlingen. Dann wird der Tod wieder herrschen und endloses Leid sei der Lohn jener, die im Leiden schwelgen und endloses Bedauern wird die Frommen quälen. Unheilbares Bedauern von Sünde und Schande. Arschfresser, das hast du gesagt mit den Arschfressern. Das stimmt Arschfresser. Oh, nett siehst du aus. Nein, wir laufen nicht schon wieder in die Flamme rein. Ich bin zwar gut darin, aber nein, das tun wir nicht. Ja, Blake, du sollst da... Hallo, Blake? 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 Danke. Hallo, Skelett. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Oh, hi, anderes Skelett. Schön, auch deine Bekanntschaft zu machen. Aber jetzt bitte niemand mehr, ja? Ich möchte jetzt endlich mal Pause haben. Das wird nie Pause geben hier. Da bin ich mir so sicher. Eine Batterie wäre ganz nett. Ja. Lade nach. Nee. Boah. Schnauze. 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 Sind wir da mal fertig? Und wir hören das Lied. Wir werden irre. Oh nein. Ja, dann wissen wir ja, was wir demnächst... ...machen müssen. Wenn wir wieder... ...in der Schule sind. Die sind doch wieder da. Ich höre sie doch. Das Arschgeigen. Oh, Scheiße. Warum müssen wir denn noch weiter runter? So, müssen wir da hin? Ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Oder ist das Wasser? Hihi. Es ist Wasser. Es ist die Alte, richtig? Es ist die Alte. Oh Gott, es ist die Alte. Lass mich in Ruhe. Äh, bist du ein Mann oder eine Dame? Zieh dir mal bitte was an. Was macht er sie jetzt da? Hat er sich gewaschen? Wo ist sie? Show me your true face. Du bist auch gleichzeitig die Alte, richtig? Ja, ihr müsst mich jetzt nicht ersaufen. Bitte, danke. Moment, ich kann gerade nicht gucken auf den Chat. Ähm, das war anscheinend richtig. Nee, er hat kein Glück bei den Damen irgendwie. Ganz und gar nicht. Naja, vielleicht mit seiner Frau. Die verschwunden, verschleppt gerade ist. Wer weiß das schon? Wo müssen wir hin? Da. Nein. Nein. Ah, da. Er, sie, es ist verschwunden. Schnauze. Nein. Das ist eine Planke. Das ist kein Krokodil. Ich dachte gerade für einen Moment. Oh, ein Krokodil. Es gibt hier keine Krokodile. Nicht, dass ich wüsste. Wenn sie noch so, solche Dinge in das Spiel einfügen, ist es ein richtiges Arschloch-Move. Das Licht? Ach, was du nicht sagst. Okay, wir müssen den Strom loswerden. Jetzt haben wir schlechte Karten. Klar, ich bin genau kurz davor wieder hochgekommen. Typisch. Hi. Au. Bye. Scheiße. Scheiße. Danke. Mann. Aber wir haben's. Wir wissen, was wir tun müssen. Deine Woller. Wie war das? Wie war das? Ach, danke. Aua! Muss ich einen anderen Weg zurücknehmen? Ja, schön, dass ihr das Licht jetzt ausgeschmissen habt. Habt ihr gut gemacht. Ich applaudiere dann später. Ich gucke total begeistert. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist doch die totalen Freude hier, was ich mache. Verstehe ich gar nicht, dass ich dann begeistert gucke. Ja, watch. Dann, wenn ich Zeit dazu habe. Ich gehe voll in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, wo Alice liegen kann. Sie hat zwar ihre... Nein. Ich habe zwar meine Gründe, doch das geht dich einen Scheißdreck an. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt bin ich wieder ratlos. Ja, toll, dass ich mich hier verstecken kann. Was soll ich mit dieser Information? Happy Birthday. Ich wüsste gerade gerne, wo der Strom war. Wo diese dämliche Tusse oder dieses dämliche Arsch da ist. Oh nein, sind es mehrere, die ich machen muss? Ja, zwei, klar. Es sind zwei Kabel. Ah, nein. Nicht dein Ernst. Oi. Scheiße. Okay, das war eine Scheißidee. Okay, das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee, darunter. Oh, jetzt müssen wir alles normal machen, nur weil ich so doof war. Toll. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it. Ich verlaufe mich ständig. Ja. Ah ja, du hast mich eingepfercht. Darf ich? Danke. Komm, geh rum, geh rum, geh rum, geh rum, geh rum, bitte. Geh auf die andere Seite. Dankeschön. Danke, danke. Tschüss, du blödes Arschgesicht. Was soll ich jetzt machen? Ah. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Okay. Und jetzt? Warum ist hier immer noch ein Geräusch von, äh, Wasser? Wenn, äh, wir hier gar kein Wasser mehr haben? Ist das richtig? Müssen wir dem folgen? Was hast du zu ihr getan? Nichts. Schnauze. Aua. Ich kann nicht ein Geheimnis von dir selbst behalten. Danke, du Arsch. Batterie wäre ganz nice mal. Kommen wir da jetzt her? Nein. Kommen wir da hoch? Nö. Gut. Das heißt, Rückwärtsgang. Ach, müssen wir das aufbrechen? Wait a second. Nee, stopp. Anders. Ah, Moment. Moment. Wait. Wir sind noch nicht so weit. Warum tut sich hier gar nichts? Können sie nicht mal eine Animation hierfür machen? Wenigstens? Einmal gucken, ob es jetzt richtig fährt. Ja, tut es. Okay. Dann geht die wilde Fahrt gleich los. Okay. Da bist du wieder. Und, war das Pizzabacken erfolgreich? Warte, ich glaube, das ist zu weit. Reicht es? Reicht es? Reicht es? Reicht es? Reicht es? Reicht es? Ja. Ach, Wallrider. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020